Ohne Fußball wäre ich? Aufgeschmissen. Der beste Verein der Welt ist? Der Hamburger Sportverein. Europameister 2016 wird? Deutschland. Dribbling oder Zweikampf? Zweikampf. Im Sommer bin ich? An der Nordsee und spiele Jentag Fußball. SV Blankenese ist für mich? Ein super Verein. Mein Vorbild ist? Ich bin die Madhavikia. Nach dem Spiel? Bis vor dem Spiel. In der Mannschaft bin ich? Der Schnellste. Pizza, Döner oder Schnitzel? Schnitzel.